Katja. 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 Du bist meine Katze. Na und? Ich habe so ein Glasstück. Papa sagt es ist aus einem Fotoapparat, aber in Wirklichkeit ist es ein Zauberglas. Das weiß ich. Papa, was ist denn ein Reaktor? Ein Reaktor? Ja, danke, dass du mir diese Frage stellst, Herr Typischer. Plötzlich war Mama da. Sie raste durch die Zimmer. Und packte verschiedene Sachen zusammen. Sie benahmen sich überhaupt so, wie es Erwachsene tun, wenn sie die Nerven verlieren. Sie zog mir eine Jacke an, obwohl es warm war draußen. Und dann sagte sie zu mir, wir fahren jetzt sofort zur Oma. Ich komme zu dir zurück, Katja. Flüsterte ich, als sie verstand. Also habe ich etwas Lachen zu machen. Ich komme zu dir. Es war einfach so, wie es um immer noch nicht. Ich habe schon bei mir behandelt. Ich sage mir jetzt noch einmal eine魔性. Fast zu und wenn es nicht mehr zu tun ist, wie es nicht mehr so ist. Ich mache mich dann aber einfach nur eine弓in Erfahrung. Ich mache mich nicht zu lernen. Ich mache mich das. Ich mache dir nicht mehr so ein ein eigenes Lachen. Ich mache mich nur eine Positivemöglichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020